Zum Glück benutze ich hier in diesem Spiel meine Hose als Klopapier, deshalb alles gut. Es läuft wie... es läuft wie geschmiert. Taibor 89. Deine Let's Plays für Tage, wenn es mal nicht so läuft und alle anderen Tage auch. Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer, zurück zu The Beast Inside, die neunte Episode. Und in der letzten Folge haben wir ja hier den Code geknackt für den Safe und wir machen ihn einfach mal uff. Und das bleibt ja perfekt hängen und wir haben etwas zum Lesen. Zum Lesen am Tresen. Ganz ohne Spesen. Das habe ich ja gut abgepasst. Okay, ich lese es mal vor. Der Richter hat versucht, mich zu erwürgen und er hätte Erfolg gehabt, wenn ich der Mann mit dem Zylinder und der Maske gewesen wäre. Er hat Norton, den Richter, vor meinen Augen getötet, hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Es sah aus, als versuchte er, mich zu retten. Aber weshalb? Okay, Kapitel 6. Christ, ich kann es nicht so machen. Es ist so viel Blut. Herr Gott, ist das ein von den Gastern? Ich weiß nicht. Geh, jemanden. Er wird zu sterben. Press auf die Wunde. Ich werde Hilfe. Der Janitor ist upstairs. 207. Wo sind Sie? Wer ist das? Easy. Kein Wunder. Kein Wunder. Good Lord. Kein Wunder. Kein Wunder wird mich über eine Mountain Trip wiederholen. Da ist er. Da ist er. Es sieht aus, wie das Missing Fellow. Hallo, der Detektiv hat den Gäste gezeigt. Detektiv? Du meinst das Fop, Walter Gilman? Holy Mother of God! Ich muss den Sheriff telegrieren. Nein, dieser Mann braucht einen Doktor. Ich habe gesehen, wie so. Es ist nur ein paar Minuten. Ich bin sorry, son. Diese Hände... Es gibt so viele von ihnen. Warte, warte. Ich glaube, ich habe diese Gespräche schon gehört. Für diese Leute... Sie sagten, dass ein bestimmter Detektiv, Walter Gilman, hat den Juden geschaut. Wenn er interessiert wurde, die Menschen aus der Region, dann weiß er auch etwas über meine Vater. Vielleicht auf der Rezeption-Desche, kann ich seine Zimmernummer finden. Okay. Dann... Gut, wir könnten auch einfach mal versuchen, da drüber zu... äh, drunter meine ich, da drunter. Okay. Ich hätte es auch einfach... Aber drunter ist cooler. Hör ich mal ran. Lass mich mal ran, da. Na, äh... Hier leuchtet was. Es ist er. Judge John Norton, father's former associate. Ist das möglich? Ich habe gerade einen Krieg gesehen, von einer Dekade vor. Ich bin verloren. Erinnerungen und Illusionen... Alle blenden in einen. Okay. Und hier steht, äh... Flugblatt über den Richter. Wer war dieser Gilman? Warum war er auf der Suche nach Norton? Hatte er kein Vertrauen in den Sheriff? A missing judge. Someone has been looking for him. Walter Gilman. Gilman. Ja, ich guck hier, ob noch Petroleum auf mich... Ich versteh nicht. Ach so, jetzt versteh ich. What? Warum? Okay. Stopp, stopp, stopp. Wie? Warum? Ah, du spinnst doch, Junge. Das hast du aber noch. Okay, 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 okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Alter, was? Hilfe! Ich will Petroleum. Ich weiß, ich habe eigentlich noch, aber ich will mehr davon. Okay, dann scheiß drauf. Na, 207 müsste dann doch... Ich bin hier. Ich komme nach oben und dort ist die 107. Und auf der rechten Seite die... Ah! Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Den können wir natürlich nicht umstoßen. Ne, ne, ne. Er ja auch. Das würde ja bedeuten, wir haben Kraft in den Armen. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Die hat irgendwas nicht geleuchtet. Dope. Hm. Na, wenn ich hier dran... Genau. Dann fangen die... Dann fangen die Spinnbeben an. Okay, wie war das nochmal? Warte mal, was muss ich? Äh, ne, nicht eh zurück. Fixier ich das nochmal? Achso, okay. Ja. 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 Gleich. Bin ja gleich da. Hallo, Stimmchen. Zieh mal da durch. Ja. Mach da weg. Ja, das sehe ich sofort. Ist mir sofort ins Auge gefallen. Das ist irgendwas. Was? Geh anschauen. Hä? Ist hier noch irgendwas Spezielles? Okay. Pyrite Klumpen. Ein Klumpen ausberührt aus der Mine meines Vaters. Manche Menschen nennen es zwar Narrengold. Doch es hat den Familien Hyde und Whitehead großen Reichtum beschert. Das war jetzt so fucking important. Ah, damn. Warum denn nicht? Warum? Komm mal her. Wenigstes Licht. Wenigstes Licht. Da spricht das Licht. Da spricht... Ja, da spricht das Licht. Kann ich hier irgendwas wegziehen? Alter. Kann doch nicht dein Ernst sein. Nein! Das kann doch jetzt nicht alles hier in dem Raum gewesen sein. Ja, gut. Schmecken lassen. Mhm. Ich suche hier drin ne Abrissbier, ne? Damit ich da durchkomme. Alter, oh. Alter. Ich muss doch aber irgendwie hier durchkommen. Mein Gott. Okay, dann. Okay. Äh. Dann schauen wir uns mal die andere Seite an. Okay, okay. Kann ich hier vielleicht? Pass mal auf. Nee, das war scheiße. Ich dachte, ich kann da vielleicht hindurch flöten. Um dann hochzukraxeln. Nein, kann ich nicht. Ja, dann... Mal die Seite. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Das kann ich einfach so öffnen. Das sehe ich sofort. Okay. Komm ich aber nicht lang. Das kann ich einfach so öffnen. Naja. 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 Alter. Was soll das denn anzeigen, wo ich bin? Gerade, ne? Ach, okay, dass da auch noch eine Treppe ist. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Ich verstehe. Und? Ah, he's away. Schön. Ach, zeitgenössische Kunst. Ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan. Ah, auch zugeschlossen. Damn, was soll das? Ja, okay. Jetzt habe ich aber ein paar FPS-Probleme. Jetzt bin ich nicht mal bei den 60. Wer denn? Ich sehe gar nichts. Alter, ich sehe doch nichts. Bin blind. Hallo? Hallo? Oh nein, oh nein. Lass mich raten. Der Raum ist auf der... Achso, nee. Ich bin direkt davor. Ja, dann. Mal Lämpchen an, ne? Ah, what the fuck. Angenehm, ah? Ja, genau. Alter. Guck, wir machen hier einfach mal einen Durchbruch. Hm? Gucken wir da schon rein. Alter, what? Na, nein. Nein! 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 Alter! Alter. Alter. Das ist hier alles mal richtig scheiße. Ja, okay. Nö, dann lassen wir das. Ah. Wups, gala. Und schön. Und so kommen wir dann auch wieder nach oben. Okay. Nice. Wie, was? Achso, du meinst das Blut. Da wundere ich mich schon gar nicht mehr. Ja, ja, ja. Komm, beruhig dich. Da. Okay. Opala, eine Zeitschrift für Psychiatrie-Patienten. Eine Zeitschrift, die für und von Patienten einer psychiatrischen Klinik zusammengestellt wurde. In vielen solcher Einrichtungen waren Patienten es nicht einmal von solchen Annehmlichkeiten zu träumen. Stattdessen bekommen sie Schweinefutter und werden an ihr Bett befesselt. Viele von ihnen überleben den Aufenthalt nicht. Und die, die es dort tun, sind nie wieder wirklich freie Menschen. Man sollte es als großes Glück ansehen, jemals aus solch einer Einrichtung herauszukommen. Okay. Die Frage ist, waren wir auch in so einer Einrichtung? Weil der redet ja immer davon, dass er schon mal Stimmen und so gehört hat, ne? Frage ist, ist das Spiel jetzt so nett, dass ich hier jetzt einfach durchkomme? Ach so. Auch hier einfach, ja klar. Wuppala, schwuppala. Einfach hindurch. Ganz ruhig. Einfach hindurch. Das ist jetzt die, warte mal, ja, die 207. Wir werden sie lieben. Oh, ja. Du steigern. Ähm. Ja, natürlich. Das Glück ist mir hold. Wie Narrengold. Mach mal. Mach mal an. Mach mal auf. Und trink ein Schlückchen. Werfen. Werfen, weil Nerven. Ah, goddamn, ist das wonderful. Weißt du was? Dann, äh, 20 Petroleum. Also entweder sind wir gerade die absoluten, ja, wir sind die absoluten Sammler, wie in jedem anderen Spiel auch. Und so nehme ich die hoch, ne? Ah, das ist nice. Alter. Hallo? Nein. Okay. Gut. Nichts intus. Na, wo bist du? So. Ich trau mich da irgendwie nicht hin. Ich glaub, der wird, ich glaub, der wird, ich glaub, der wird, ich glaub, der wird gleich erst mal lesen und Z lesen. Mr. Jacob, er mag mich ständig. Ich solle die Finger von der Flasche lassen. Er sagt, ich würde Gespenster sehen. Doch ich schwöre, ich bin vollkommen bei Sinn. Ich trinke, weil ich Angst habe. Er war schleicht in diesen Wäldern umher, aus den Bäumen halt unmenschliches Geschrei hervor und aus den Tiefen der Höhle erklingt Geheul. Ich habe die Kratzspuren in der Rinde der Bäume gesehen. Mit eigenen, mit eigenen Augen gesehen. Mr. Jacob sagt, ich sei ein Trunkenbold und solle mich beruhigen, bevor ich die Gäste verschrecke. Vielleicht haben sie allen Grund dazu, Angst zu haben. Wie viele Menschen sind bereits in die Wälder gegangen, ohne je zurückzukehren? Gott, steh mir bei. Da ist das Geheul wieder. Ich brauche etwas Starkes oder ich werde heute Abend, heute Abend, nicht zur Ruhe kommen. Okay. Soll ich den antatschen? Wahrscheinlich ist da drunter dann der Schlüssel, ne? Mach doch. Mach doch. Warum mach das nicht? Alter, what? Okay. Wow. Gewerzzugang zu Zimmer 106 und zum Korridor, der zum zweiten Flügel des Gasthofes führt. Ja, Gesundheit, ne? Da hat das Haus mal niesen müssen. Hier zum Flügel B des Hauses. Mach ich. Nachdem ich mir Petroleum geholt habe. Komm. Ah. Mein Streichhölzer, habe ich, habe ich doch gesagt, ne? Streichhölzer. Ah, ja, da witt. Streichhölzer, genau. Habe ich doch gesagt. Hab ich noch was? Nope. Okay. Alter. Ach so. Ah, okay. Das Haus hat, glaube ich, im Moment Schnupfen. Ne. Oh, God damn. Ja, sie sehen mich hier jetzt voller Verwirrung. Oh, oh, stopp. Ich sprach doch auch von Petroleum. So. Jetzt einfach drüber jumpen. drauf. Gehen wir drauf? Oh, God damn. Was ist los mit dir? Ne, ne? Ja, klar. Natürlich. Hier. Oh, nice. Was? Geht nicht, oder was? Alter. Ja, natürlich. Ja, natürlich. natürlich. Oh. Auf. Auf. Ach, das war eine Staubflocke. Oh, Gott. 106. Also, ich denke, wir müssen durch die 106 dann irgendwie... Warte, 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 erst Petroleum. Natürlich. Aha. Okay. Dann... oh, 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 fuck. Alter. Boah. Nee. Nee. Zum Glück benutze ich hier in diesem Spiel meine Hose als Klopapier, deshalb alles gut. Es läuft wie geschmiert. Also, auf jeden Fall, wenn ich gleich aufstehe nach der Folge. Alter. Was steht da? Nimm mal die Petroleum. Do not enter. Mit Passwort. Dieser verdammte Irrer hat versucht, mich in die Luft zu jagen. Ich konnte ihn überwältigen und in eines seiner Zimmer sperren. Möge Gott mit allen sein, die Flügel B betreten müssen. Die Kombination für das Vorhängeschloss ist Anger. Sie sehen mich jetzt schreiben. Anger. Ich weiß nämlich nicht, wie schnell wir da hinkommen und dann habe ich Angst, dass ich das irgendwie vergesse. Kuh wählen. Dieses, also das ist, ist das schon Flügel B, ja, ist das schon, ja, und da komme ich nicht nach oben? Ja, gut, dann verstehen wir uns. Dann ist das schon hier. Dann hätte ich das gar nicht aufschreiben müssen. Egal. Wunderbar. Ang. Alter, ich halte das für richtig schlecht. Ich halte das für richtig schlecht. Ich gucke jetzt einfach mal. Scheiße, wir haben noch Aufnahmezeit. Angenehmste Musik der Welt Ich weiß nicht, ob ich zumachen soll Ich mach lieber zu, damit von außen nichts hereinkommt Ich bin hier und muss I don't get it, man. I don't get it. So wird ein Schüchen raus. Also bevor wir da weitergehen Petroleum erstmal in die Lande. Vollmachen und erstmal wegstecken. Und Petroleum aufnehmen, weil hier ist ja genügend, nicht, ne? Ja, ja, ja. Jetzt dürfen wir schon, ne? Bewahren Sie die Ruhe, lieber Zuschauer. Hast du geleuchtet? Hast du geleuchtet? Du hast geleuchtet, ne? Dann lass dich doch mal verschieben, wofür auch immer. Bist du mich hier irgendwo rübersteigen? Alter, wofür hab ich den Schlüssel jetzt für jeden Flügel, wenn ich... Petroleum Was das angeht, bin ich gar nicht schlecht, ne? Okay, ich kann es jetzt wegschieben. Hier kann ich nicht durch... Ah, 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 das Loch in der Wand nicht gesehen. Okay. Das dicke, fette Loch in der Wand erstmal. Hilfe? Hi. Wie wär's, wenn du denn jetzt... Alter. Alter. Eben das Ding da rausziehst, damit du irgendwas hast, um dich zu wehren. Aber nö. Muss ja auch nicht sein. Muss ja auch nicht sein. Alter, ein Träumchen, dieser Mann, ein Träumchen. Da komm ich nicht durch. Hier könnte ich einfach mal lesen. Was machen wir, hä? John, alles ist nach Plan verlaufen. Ja, mein geliebter Bruder, wir stehen kurz vor der Vorendung unseres Meisterwerks. Es ist mir gelungen, eine Janky-Uniform zu beschaffen, um mich bis in die nördlichen Ausläufer von Massachusetts... 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 So bist du ausgesprochen, ne? Durchzuschlagen. Auf dem Weg habe ich dafür gesorgt, dass drei Verräter unseres geliebten Landes ein gerechtes Schicksal erhalten. Diese verdammten Hurensöhne und, das spreche ich nicht aus, die unsere Flagge bespuckt haben. Ich muss jedoch in den hiesigen Wäldern die Orientierung verloren haben. Denn anstatt Lowell zu erreichen, bin ich in einem Provinznest gelandet. Der Allmächtige hat mich jedoch zu einem verlassenen Gasthof geführt, an dem ich nun die letzten Vorbereitungen treffe und meine Gebete gen Himmel schicke. Ich wei... äh, du weißt, was das bedeutet? Ja, Gott ist auf unserer Seite, Bruder. Auch er kann es kaum erwarten, dass unsere Arbeit endlich Früchte trägt. Die Tage von Abraham Lincoln und seinen verfluchten Gefolgsleuten sind gezählt. Ich hoffe, du hast Montreal unversehrt erreicht. Ich vertraue darauf, dass Gott auch auf deinem Weg über dich gewacht hat. Wie er über mich gewacht hat. Gott schütze die Konföderation. Gott schütze Jefferson Davis. James W. Booth. Steht hier aber, Junge. Sieht gut aus. Sieht brillant aus, mein Junge. Wie wär's, wenn ich jetzt... Guck mal, warte mal, warte mal. Wenn ich das Streichholz anzünde, dann kann ich hier anmachen, dann kann ich da anmachen. Kann ich das nicht auch? Und abnehmen? Ja, sparsam. Ne, sparsam mit dem ganzen Seuche umgehen. Aha. Hättest du's mal eben genommen. Alter. Let's go. Help! Help! I will relieve you of your life, you hate-y bastard! You can't stop the assassination! Wink him of paper is mine! Oh, Gott. Und jetzt gibt das Heer, ich war das. Gott, nein! Ich bitte nassgegültig werden lassen. Oh, Gott! Oh, Gott! Ob's mir gut geht, ja klar. Alles super. Du wählen. Alter. Oh, Gott, oder? Mit der Hand da rein? Lass mich doch irgendwo greifen. Und... Nüch damit! Und... Nüch damit! Du Mokschis! Ich und Türen, ey. Ich und Türen, sie können spüren. Aber wo ihnen denn das Wege ist? Einfach gleich runter, oder? Ah, ich geh gleich rein. Okay, meine Damen und Herren, aber ich glaube, ja, wir sind jetzt schon so bei um die 24 Minuten angekommen. Ich würde sagen, genau hier an dieser Stelle machen wir dann in der nächsten Episode weiter. Ich danke dir auf jeden Fall für deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Mein Name ist Tybor und ich bin verflucht noch eins. Draus ist dieser Nummer. Ciao! Ja, ich weiß, wir wollen mehr von diesem Tybor. Und wir kriegen die Mitte. Und wir kriegen mehr von diesem Tybor. Denn halt den Namen Tybor. Und halt den Geist. Genau. Ich weiß, wir wollen mehr von Fobeterminedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinedinj itszener,